Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass mein Cock extrem lame aussieht, wenn er nicht hart ist. Ich habe dann das Gefühl, Bro, was machst du da unten? Auf der anderen Seite, ich meine, das Praktische ist, Bro, er fährt zurück, weißt du, es ist wie so eine fucking Feuerwehrleiter, die einfährt. So, ja, ist nicht so impressive, aber wenn dann ein Hochhaus gelöscht werden muss, Bruder, auf einmal ist er da. Checkt ihr, wie ich meine. So unheimlich. Aber wenn es dann auf die Autobahn geht, um schnell zum Einsatzort zu kommen, Bruder, dann wird er schön eingefahren, zusammengeklappt und abfahrt. Ja, es ist eine soziale Sache, ich meine, wie, growing up, wenn es nicht so viel sex education ist.